In Düsseldorf begrüße ich die Staatssekretärin für Integration der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, Serap Güler. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Kronz. Frau Güler, wie beurteilen Sie den Ausgang der Wahl in der Türkei? Gut, das stimmt natürlich traurig und wütend zugleich. Traurig, weil man sieht, dass das Land, was das Thema Demokratie betrifft, leider sich zunehmend von dieser entfernt. Und das macht auch gleichzeitig wütend, dass es so viele Menschen gibt, die kein Werk darauf legen, dass die demokratische Entwicklung auch als Fortschritt zu verstehen ist, sondern ja nur anhand eines wirtschaftlichen Aufschwungs ihr Kreuzchen gesetzt haben. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit der Integration, selbstverständlich auch von den Türken in Deutschland bzw. Nordrhein-Westfalen. Jetzt gibt es eine Zahl, 65 Prozent der Deutschtürken haben offenbar Erdogan gewählt, gegenüber 52 Prozent in der Türkei, also noch einmal deutlich mehr als im Heimatland. Wie kommt das eigentlich? Ja gut, das sind wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das zwei Drittel der Türken in Deutschland sind. Wenn Sie sich das in absoluten Zahlen anschauen, dann sind das ungefähr 500.000 Türken, die sich in Deutschland für Erdogan entschieden haben. Das ist nach wie vor zu hoch. Da darf man auch nichts relativieren, ganz klar. Ich glaube aber, es hat verschiedene Ursachen. Das eine sind ganz profane Gründe, wie die, dass man sagt, Erdogan hat die Türkei wirtschaftlich vorangebracht. Aber es sind auch andere Gründe dabei. Beispielsweise haben viele Erdogan auch aus Protest gewählt, ähnlich wie wir es bei den AfD-Wählern ja auch erleben, dass sie sagen, hier werden so viele Debatten emotional geführt. Denken Sie an die Debatte, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht. Das sind Debatten, die die Menschen letztendlich auch in die arme Erdogans treiben. Sie haben gerade das Problem der Demokratie und ihrer Einschränkung in der Türkei schon angesprochen. Ist es so schwer vermittelbar, gerade auch den in Deutschland lebenden Türken, dass eine Demokratie in Gefahr gerät, wenn ich nicht mehr eine Machtbalance im Staate habe? Das ist insofern schwer vermittelbar, weil diese Menschen nach eigenem Verständnis ja durchaus Demokraten sind. Sie halten Erdogan ja auch selbst für einen Demokraten, für einen, der dem Westen die Demokratie vormacht, weil sie ein falsches Verständnis von Demokratie haben, weil sie Demokratie ausschließlich darauf reduzieren, wer die Mehrheit hat. Das ist ihr demokratisches Verständnis, was deutlich macht, dass es hier ein extremes Demokratiedefizit gibt. Und wir haben jahrzehntelang in Deutschland überhaupt nicht über das Thema Integration gesprochen, wie wir es definieren. Dann haben wir irgendwann damit angefangen und haben gesagt, ja, Sprache und Arbeit, das ist Integration. Irgendwann kam noch Bildung dazu. Heute merken wir, das allein ist zu wenig. Wir müssen auch viel stärker auf eine intensive Wertedebatte setzen, die eben auch als Demokratie oder die sich eben auch auf die Aufgabe konzentriert, Demokratie besser zu vermitteln. Jetzt haben wir gerade die Weltmeisterschaft in Russland. Wenn wir uns erinnern, etwa an die Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Da gab es dann nach einiger Zeit ganz viele Türken, die mit einer deutschen Fahne auch im Auto gefahren sind. Sind diese Zeiten vorbei oder wie ist die Identifikation mit Deutschland? Ja gut, wenn es um Sport geht, wenn es um Fußball geht, dann ist da nach wie vor eine Identifikation vorhanden. Das wird bei dieser WM auch nicht anders sein oder ist auch nicht anders. Spielt natürlich auch eine Rolle mit, dass die Türkei eben bei der WM nicht mitspielt. Serap Güler, ganz herzlichen Dank nach Düsseldorf. Danke ebenso. WL 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 WL